Was ist der denn da? Keine Ahnung, sie sieht gleich an der Rübe. Jetzt macht sie sichern. Nein, ich gucke nicht, ob die Jungen sich wahr machen. Ok, ich habe noch. Sowohl, wie findest du denn eigentlich am besten? Mein Papa. Ja, wenn ich spiele es hier noch aber nicht. Und du, wie findest du denn am besten? Ich finde den... Ich spiele es nicht, wenn ich so ein waschen finde. Wie ist die waschen, die sind am besten Spieler? Keine Ahnung, sie ist immer angekriegt. Hallo, ich habe ich auch die Ahnung. Wie ist das denn dein Lieblingsspieler? Ich spiele es nicht, wenn ich so ein Heschen. Ich auch nicht. Was ist denn da bei deinem Heschen? Nee. Gleich kann ich auch einer bei einer Futter an der Zeitung. Wie die Däge hübschen. Es war immer 10. Nee, es war immer 11. Nee, die waren auch Futter an der Zeitung. Verschiedene können die noch einfach nicht verhalten. Die sind schon schön auszuschätzen. Die spielen sehr oft nicht für mich. Das sind Afrikaner. Oder ne andere Kanerhüse. Jo, dafür hübschen sie nicht mal Pin oder Max oder Jean. Da ging es schon vor allem. Es war immer schön schlimm, dass ihr wohl nicht wisst, wer ein Spieler hübschen. Kannst du hier nehmen dann alle Gründen? Jo, überhaupt kannst du hier nehmen dann. Hm, nö. Wir öffnen sie auf ne Panne. Was sie besucht mit Panne. Schuhe aber, oder? Wir müssten sie keine Leere rein. Öffnen meine Idee. Sie sehen uns nur keine Leere werden. Warte! Okay! Warte, hier. Warte. Warte. Hey, dels nap sind Sie. Ja! Und wie ist sie wird! Wo sind Sie? Ver количеina ist sie. Ja! Deine Idee. Werden Sie seit. Abartien Sie einwerb. Schuhe! Das ist die Sonne, Baby! Musik! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020